so hier geht es jetzt um die kreativ mba kreativ zentrum aufgaben nämlich take a picture at the dance cam die dance cam ist genau hier was müsst ihr machen einfach nur hingehen zack und je nachdem welchen skin ihr gerade habt dann werdet ihr hier in das foto eingebaut und so haben wir quasi schon die erste aufgabe geschafft ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen wenn ja lasst natürlich gerne leichter gerne abo da lassen wie gesagt ich werde euch alle aufgaben zeigen was ihr machen müsst und dann würde ich sagen können wir das ganze auch ganz easy abschließen mal gucken was vielleicht kommt das ganze noch als aufgabe aber ich denke eher weniger aber vielleicht der ein oder andere weiß nicht genau was er machen soll und deshalb einfach nur das kurze video wie gesagt gerne leichter lassen gerne abo da lassen wenn ihr fragen habt schreibt einfach unten in die kommentare rein und in dem sinne würde ich sagen euch noch viel spaß mit den weiteren aufgaben und haut herein